Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Carriere Modos Endlich wieder mit dem HSV im Einsatz. Das erste Testspiel der Saison 2014-2015 Endlich können wir wieder diese Einlaufmusik genießen. Zurück in der HSV Olmtec Arena Unser erstes Testspiel des Jahres bestreiten wir gegen den italienischen Spitzenklub, muss man ja mittlerweile sagen, den SSC Neapel. In Real Life Vizemeister geworden in Italien. Schießrichter ist heute Affonso Secretario von zwei Berufssekretär, nämlich ein Brasilianer, der heute an der Pfeife pfeift. Sagt man das so? Egal, auf jeden Fall. Der HSV heute mit einer B-Elf, die ganzen Stammspieler, bis auf Dani Caligiuri, alle heute auf der Bank oder sogar gar auf der Tribüne, während die Italiener sogar mit ihrer Stamm-Elf auflaufen. Wir sehen es hier. Obermeyang, Alaba, Kuliaté, Diekmeier, Baumann. Alle auf der Bank. Eriksen nicht mal im Kader. Das ist also unsere B-Elf. Bis jetzt haben wir ja vier Neuzugänge. Alle vier heute in der Startelf. Das fängt an bei Fabian Giefern im Tor. Unser Top-Neuzugang ist jetzt Jerome Boateng. Auf der Rechtsverteidigerposition. In der Mitte verteidigt Diagné, der Neuzugang aus Freiburg. Und im Mittelfeld. Da spielt im Offensiven auf der 10er-Position unser junger Jake Wilson, der Valiser. 20 Jahre jung. Haben wir Ablöse freigeholt. Mal gucken, ob er was drauf hat. Der junge Britte. Heumenson ganz vorne im Angriff als einzige Spitze. Wie gesagt, heute darf man die B-Elf ein bisschen spielen. Und die Gäste mit dem ersten Angriff. Und Boateng, der Rückkehrer von FC Bayern, verursacht gleich mal die erste Ecke. Getreten von Neapri-Kapitän Marek Hamsik. Und erste Chance. Erstes Tor. Dritte Minute. Christian Maggio. Der Flügelspieler der Italiener mit der frühen Führung. Oh, und das ist einmal ein nicht so schöner Auftakt. Natürlich in der Entstehung glücklich. Abgefälschter Schuss von Inder müsste das gewesen sein. Fällt vor die Füße von Maggio. Und die Italiener mit der Führung. ADSV-Fans lassen sich davon nicht entmutigen. Der Tabern Dritte des Vorjahres ist ja für die Champions League qualifiziert. Und die haben ein großes Vor in dieser Saison. Italiener mit einer Dreierkette. Mit einem breiten Fünfermittelfeld. Diese taktische Ausrüstung. Ausrüstung. Ausrichtung gibt es relativ selten. Nur in Italien häufiger mal angewendet. Und Diagnese sieht nicht gut aus. Aber Teng gewinnt das Kopfball-Duell. Und gestochert von heutigen Kapitänin Midan Baddell. Für Van der Vaart. In der Startaufstellung. Und Distanzschuss. Und den ersten Ball, den Fabian Giefer halten kann. Der Neuzugang aus Düsseldorf. Ja, transfertechnisch sind wir ja schon fast fertig mit der Kaderplanung. Der Transfer von Wilfried Boni steht natürlich noch aus. Den wollen wir auf jeden Fall unter der Woche jetzt perfekt machen. Vielleicht ist er dann schon im nächsten Testspiel gegen Atalanta Bergamo mit dabei. Wäre natürlich sehr zu wünschen. Jetzt gucken wir erstmal auf Rinkhorn. Und mit der guten Flanke. Tick zu weit für Heumin Zorn. Wieder Thomas Rinkhorn. Auf Wilzen. Unser Balliser. Milan Baddell. Wäre eh abseits gewesen. Deswegen nochmal ein Neuaufbau über Jansen. Über Ostame Tannane. Wilzen nochmal. Baddell. Schönes Spiel von Zorn. Rinkhorn. Und gut gehalten vom italienischen Torwart. Und die kontern jetzt die Italiener mit. Insigne. Der ist unglaublich schnell. Und macht das 2-0. Nach einer Viertelstunde. Ja, so hat sich der HSV gegen Start natürlich nicht vorgestellt. In die neue Saison. Aber es ist ja noch eine Testspielphase. Da können noch Fehler passieren. Douglas ist übrigens heute wieder in der Endverteidigung. Der in schlechter Form ist. Aber trotzdem heute wieder seine Chance bekommt. Wort hängt deswegen rechts hinten. Der ehemalige HSV also zurückgekehrt. Ist ja eigentlich auch ein Inverteidiger. Wobei er von seiner HSV-Zeit. Diese Position ja eigentlich sehr gut kennt. Und jetzt gut gespielt auf Osama Tannane. Zweite Riesenchance. Aber weder Rinkhorn noch Tannane können sie nutzen. Weil es kein Torjäger. Aber unsere B-Elf kann hier mithalten. Hat natürlich bei den beiden Gegentoren vielleicht jetzt ein bisschen Pech gehabt. Mein Gott, war auch gut gespielt von den Italienern. Und ein Insigné. Der überzeugt momentan bei der Real Life U21 Weltmeisterschaft. Gut mitgespielt von Gifa. Die haben schon einen sehr starken Kader. Der SST Napoli oder Neapel. Jansen heute hinten links in der letzten Saison auch auf wenige Einsätze gekommen. Mal schauen, wie sich die Vorbereitung so entwickelt. Vielleicht empfiehlt sich hier der eine oder andere Spieler sogar für die Startelf. Gut gespielt von Boateng Rinkhorn. Das ist Wilson. Das ist Son. Badel. Schnell gespielt. Aber der letzte Pass fehlt dann von Heugling Son. Der auch ein großes Thema bei euch war in den Kommentaren. Das, was sich bei vielen bis zu einer 89 sogar entwickelt haben soll. Gut, bei mir ist er jetzt stagniert auf einer 75 und fasst das 3-0. Weswegen ich mich wahrscheinlich auch von ihm trennen werde. Bei mir hat er halt nicht so die Entwicklung genommen. Und ganz ehrlich, wo soll er bei diesem HSV spielen? Über die Joker-Rolle wird er einfach nicht hinaus kommen. Und er hatte bei mir immer noch den HSV-Bonus gehabt. Sprich ein Real Life HSV-Spieler. Aber der Bonus ist ja jetzt auch weg. Denn der Transfer zu Bayer Leverkusen ist mittlerweile perfekt. Und er wird für knapp 10 Millionen für die Bergself im Real Life in der nächsten Saison auflaufen. Deswegen werde ich neben Mame Chu wohl auch Holmling Son noch verkaufen. Dann hätten wir zwar nur zwei Stürmer. Mit Aubameyang und hoffentlich Wilfried Boni. Vielleicht werden wir deswegen auch noch einen dritten Stürmer ranholen. Wilfried Boni erstmal. Der Balisa gegen Fernandes. Ja, zögerter zu lange. Der Neuzugang. Ich weiß gar nicht aus welcher Jugend er kommt. Elbe Ablöse frei zu haben. Und bei so einem Talent mit einer Stärke von 72. Für 0 Ablöse kann man wohl wenig verkehrt machen. Auch wenn wir im zentralen Mittelfeld sehr gut bestückt sind. Jetzt haben wir erstmal Osama Tanane wieder. Guter langer Ball. Aber Son kommt da nicht ganz ran. Und die in Blau spielenden Italiener sind wieder im Ballbesitz. Mit Zunigia. Mit Maggio. Oh, öffener Ball. Da stehen die HSV-Spieler schlecht im Raum. Gute Flanke. Kick zu Nahans vor. Kein Problem für Fabian Giefer. Ja, was stehen vielleicht noch für mögliche Transfers an? Boni ganz klar. Aber wir sehen es. Ich wollte eigentlich eine komplette Bf auflaufen lassen. Aber Dani Caligiuri muss trotzdem heute ran. Und da war Guilherme gerade noch vor Heumingsson an den Ball. Wir haben keine Alternative für den rechten Mittelfeldposten. Deswegen muss da hundertprozentig noch einer ran. Mal schauen. Es kommt stark aufs Budget an, wen wir da holen. Shaqiri war auch ein großes Thema. Aber bei dem momentanen Budget sieht das eher schlecht aus, dass wir den vom FC Bayern noch dazuholen können. Eventuell werden wir Jouf und Son verkaufen. Aber selbst dann wird es auch gehaltstechnisch vor allem etwas eng. Er verdient momentan, glaube ich, 90.000 pro Woche beim FC Bayern. Das könnten wir ihm nicht bezahlen. Aber wir wissen auch, ein Jerome Boateng ist ja von seinem Grundgehalt runtergegangen. Jetzt erstmal die Chance für Mila Madel. Der Kroate, der oft unzufrieden war in der letzten Saison. Den Stammplatz an Adama Heer, den ein junger Holländer, verloren hat. Und momentan nur 2. Geige spielt beim HSV. Auch wenn er heute als Kapitän sein Team hier anführt. Oh, das war stark gespielt. Und auch noch ein Lupfer. Jetzt wollen die Italiener es aber ganz schön machen. Ich glaube, es war wieder Insigné. Der junge U21-Nationalspieler, ganz großes Talent in den Reihen der Italiener. Und da ist schon der Halbzeit-Pfiff. Ja, die Fans sind etwas leiser geworden vom HSV. Von der B-Elf heute, wie gesagt. Sollte man nicht zu viel von erwarten. Und jetzt vom Ergebnis auch nicht zu viel. Ja, wie soll man sagen. Hier fehlt gerade das richtige Wort. Ach, das ist mal wieder ein optimaler Anfang. Es spielen heute noch ein paar andere. Nürnberg liegt zurück. Wolfsburg führt Hannover unentschieden gegen FC Nantes. Französischer Aufsteiger, wenn ich mich nicht irre. Und wen haben wir denn so auf der Bank? Ein toller Arslan. Das ist auch noch so, ein Kandidat verkauft zu werden. Da wir jetzt Wilzen für seine Position noch als Ersatz geholt haben, neige ich schon fast dazu, auch noch Arslan zu verkaufen. Damit wir noch ein bisschen mehr Kleingeld haben. Wodurch wir möglicherweise dann doch noch Shapiri holen könnten. Tony Vihena habe ich auch noch mit drauf. Der soll noch verliehen werden nach Möglichkeit. Und ich glaube, diesen Tony Vihena werde ich einfach mal bringen. Genau wie Tolkei Arslan. Vielleicht kann er sich ja nochmal beweisen für den jungen Jack Wilzen. Auf der 10er Position, wo er eigentlich am liebsten spielt. Beim HSV war er noch vom Stürmer eigentlich zum zentralen, fast defensiven Mittelfeldspieler umfungiert. Aber heute darf er mal wieder ganz offensiv auf der 10 ran. Genau wie Tony Vihena, nachdem er in der letzten Saison nach Spanien verdient wurde. An Deportivo La Coruña, den Aufsteiger. Mal schauen. Etwas gestärkt. Kommt er auf jeden Fall aus seiner Leitzeit aus Spanien zurück. Aber momentan für den Profikader noch nicht stark genug. Deswegen möglichst noch eine Saison verleihen, damit er noch weiter gestärkt zurückkommt. Ist auch erst 20 Jahre jung. Der Mann aus der Jugend von Veya Nord. Sowieso von den Talenten müssen wir uns alles andere als Sorgen machen. Fehler Diagné. Neuer Zugang aus Freiburg wirkt noch nicht ganz sicher. Ach, Diagné diesmal dazwischen. Aber auch er ist momentan nur unser Endverteidiger Nummer 3. Vielleicht sogar nur 4 neben Douglas. Wird sich da streiten. Denn momentan sind in der Endverteidigung so vorgesehen, dass Boateng und Koujaté natürlich zusammenspielen werden. Und Diekmeyer dann auf den Rechtsverteidiger posten. Kai Giori. Nächster Flankenversuch. Fehler von Guilherme. Und die Italiener haben Probleme mit dem Ball zu klären. Aber Arsenal verliert das entscheidende Kopfballduell. Diagné gut den Zweikampf gewonnen. Toni Veyena. Robinson, na, zu spach der Pass. Und die Italiener können wieder einen Konter einleiten. Machen das auch gut. El-Kadoury vorbei an Douglas. Aber Boateng noch einer der Besseren heute. Der bisjährige Top-Nolzugang vom FC Bayern. Der Rückkehrer. Aus der Berliner Jugend. Tolga Arslan. Ostama, Tanane. Aber er hat kein Kopfballspieler in der Mitte. Und Arslan kommt da nicht zum Abschluss. Ja, diese Spiele hier. Die Testspiele sollte man noch nicht zu ernst nehmen. Ganz klar. Vor allem mit der Bf nicht. Da sind ja noch einige Top-Leute auf der Bank. Beziehungsweise eigentlich die komplette A-Mannschaft. Fängt ja von Aubameyang an. Über David Alaba. Über Eriksen. Van der Vaart den Kapitän natürlich. Ein Maher. Ein Kuya-T. Ein Dennis Dietmeier. Ein Aogo. Der ja momentan noch in Vertragsverhandlungen steht. Den Vertrag um zwei Jahre möglichst vorzeitig verlängern soll. Mal schauen, was daraus wird. Erstmal schauen wir auf den nächsten Angriff. Über Heumensson. Der Ball war nicht schlecht. Boateng, den hat er noch locker. Bringt auch die Flanke. Abason. Erneut nur zweiter Sieger im Kopfballduell. Mit den italienischen Innenverteidigern. Inder. Hamsik. Ich glaube, es war abseits. Aber ohnehin zu lang, dieser Ball. Vielleicht können wir noch einen dritten Wechsel vornehmen. Zum Beispiel ein Ringkonen. Wobei, wir haben keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank. Na, jetzt haben wir hier noch fünf Stammspieler auf der Bank. Ach komm, dann darf David Alaba, der ja... Wobei, nee, das lassen wir mal. Der ist momentan in Top-Form. Nicht, dass durch diese Niederlage dann... Kann ich das noch irgendwie rückgängig machen? Äh, es sieht... Doch, kann ich noch rückgängig machen. Sehr schön. Della Laba möchte ich jetzt nicht durch eine mögliche Niederlage hier und heute... Dass er an Form verliert. Deswegen kommt noch mal... Obergine, Obermeyang. Gleich ins Spiel. Marcel Jensen. Toni Willena. Aslan. Und wieder Tanane. Auch er soll nach Möglichkeit noch verdienen werden. Gute Flanke. Und Kopfballson. Diesmal setzt er sich durch. Aber sein Kopfball zu zentral. Kikarinikon für Hamschik, den Kapitän. Und Obermeyang. Neu dabei für Holmenzon. Willena mit der Ecke. Kommt nicht schlecht. Diagné ist da angerauscht gekommen. Aber kommt da nicht ganz zum Kopfball. Vargas. Auch so ein Talent in den Reihen. Der Italiener. Aber hier kriegt er den Ball nicht ganz unter Kontrolle. So die Konterchance. Über Obermeyang war es zwar einen Tick zu spät gespielt. Aber nicht auf Abseits entschieden. Arsenal nochmal. Obermeyang. Auf Giraud Morten. Der Rechtsverteidiger. Sehr offensiv. Gefällt mir. Ist auch eine gute Alternative für Dietmaier. Den mal ab und zu auf diese Position zu stellen. Nächste Kopfballchance. Aber abgewährt von den Italienern. Maggio, der Torschütze Ender. Der Schweizer Nationalspieler. Ja, und da sieht Arsenal wieder nicht gut aus. Empfiehlt sich jetzt nicht unbedingt weiter im Kader zu bleiben. Und jetzt. Die Chance für Maggio. Und zweites Mal Alu. Und er bekommt nochmal die Nachschau Chance. Ja, die B11. Bei weitem nicht so stark wie die A11. Ganz klar. Wir müssen uns in der Breite verstärken. Und das dritte Mal, Alu, glaube ich. Für die Gäste heute. Innen dann nochmal. Weil diese. Oder dieser Rückstand geht. Ganz klein in Ordnung. Ah, was war das denn? So wollte ich den auch nicht spielen. Und der gute Insigny, der ist zwar schnell, aber den bekommt er dann auch nicht mehr. Und jetzt kommt Valon Berami. Ein weiterer Schweizer. Ehemaliger Spieler von West Ham United. War damals einer meiner Lieblingsspieler. Leider den Londonon. 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 Den Rücken gekehrt. Und nach Italien zu Aziflorenz. Seinerzeit hier wechselt. Heute. In Dienste des SS-TN Apple. Boateng fängt den nächsten Ball ab. Aber er empfiehlt sich auf jeden Fall. Auch für diese Position hier. Die kann er noch spielen. Auch wenn ich ihn vor allem im Real Life. Eher in der Mitte sehe. Und Schusschance wird Holger Arsenal an. Aber auch der. Zieht knapp vorbei. Wir können vielleicht noch ein bisschen offensiver. aufstellen. Damit die HSV-Fans vielleicht noch ein Tor hier zu Gesicht bekommen. Douglas. Löst das noch irgendwie ganz gut. Obermeyang. Sehr schöner Ball für Eurinkon. Und er ist und wird einfach kein Torjäger. Der Venizu Leana. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ein reiner Sechser. Kämpfer und Dauerläufer. Aslan. Tony Vejena. Kommt Leute. Ein Tor noch. HSV. Venena. Verliert das Duell gegen Kilarini. Und wieder Konterschance. Für die Gäste. Aber abgefangen von Douglas und Diagné. Büschen haben wir noch. Jerome Boateng nochmal. Kaijuri. Von ihm nicht so viel zu sehen. Ach und das war ein schwacher Ball von Rikon. Viel zu offensichtlich. Vargas. Der scheint auch noch angeschlagen zu sein. Setzt sich aber trotzdem noch gut in Zähne da. Jansen kriegt den Ball nicht weg. Spitze, Diagné auch nicht. Ne, Douglas war's. Magi nochmal. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon fast über eineinhalb Wochen kein FIFA mehr gespielt. Zumindest nicht mehr hier im Karrieremodus. Auch erstmal wieder ein bisschen Eingewöhnungsphase hier. Aslan, guter Ball. Obermeyang. Ah, der braucht zu lange, um den Ball da zu kontrollieren. Setzt sich aber prima durch. Obermeyang. Und nochmal der italienische Schlussmann, der da rettet. Und Kaijuri holt nochmal die Ecke raus. Conny Vehena. Kommt nicht schlecht. Kopfball Douglas. Und wieder Guy Hema auf dem Posten. Im zweiten Durchgang noch ein bisschen mehr zu tun bekommen. Aber er bleibt zu Null. Der HSV bleibt vorne zu Null und verliert. Am Ende 0 zu 2. Verdient muss man dazu auch sagen. GNS Sc. Neapel. Durch Tore von Magio und Insigne mit 0 zu 2. Gut, aber wie gesagt, das sollte man jetzt nicht zu hoch bewerten. Guy Hema noch mit der besten Benotung beim HSV. Und auch der Torhüter auf der anderen Seite mit einer 8,7. Not bad, not bad. Wie sieht es bei den anderen aus? Da hat trotzdem noch alle in dem 6er Bereich. Außer Jansen 5,9. Badell und Wilson waren noch ein bisschen schwächer. Aber das habe ich jetzt schon fast noch schwächer erwartet. Das geht ja noch einigermaßen in Ordnung. Die Niederlage ist halb so wild. Schauen wir mal kurz auf die anderen Ergebnisse. Nürnberg und Bologna 1 zu 1. Hannover gewinnt gegen den FC Norden 2 zu 1. Und Wolfsburg schlägt Valenciennes mit 3 zu 0. Die Wölfe dürfen auch ein Europa-League-Teilnehmer sein, wenn ich mich gerade nicht täusche. Gemeinsam mit Schalke und dem Pokalfinalisten Werder Bremen. Und da lese ich doch eine erfreuliche Nachricht. Wilfried Boni, ich habe ihr Vertragsangebot mit meinem Berater geprüft. Und wir akzeptieren ihre Bedingungen. Gehalt 100.000 pro Woche für 4 Jahre. Wir haben es geschafft, Leute. Wilfried Boni kommt zurück. Jetzt haben wir zwar kaum noch Geld. Aber Juve ist noch in Verhandlung mit Borussia Dortmund. Vielleicht kommt da noch wieder ein bisschen was rein. Aber jetzt freuen wir uns erstmal über unseren nächsten Rückkehrer. Wilfried Boni, back in Hamburg. Unser Torjäger ist zurück. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Rigo, Birona will aus Pina. Sollen sie holen. Und Stuttgart hat Interesse an Schupo-Moting. Auch einen ehemaligen HSVer. Es läuft einfach bei Son. Wieso läuft es bei denen? Naja. Jerome Boateng beendet Diskussion um Aufstellung. Was für eine Diskussion. Testspielrückblick. Blablabla. HSVer verpflichtet Boni für 23 Millionen. HSVer hat auf der Vereinswebsite bekannt gegeben, dass der Transfer von Wilfried Boni zuvor FC Barcelona für eine Ablöse von 23 Millionen Euro über die Bühne gegangen ist. Der 25-jährige Stürmer aus Elfenbeinküste hat eine erfolgreiche Zeit beim FC Barcelona verbracht und hat sich den Ruf erworben, jedes Team bereichern zu können. Na, beim FC Barcelona hat er jetzt gerade nicht überzeugt. Aber wenn man so überlegt, für 50 verkauft, für 23.000 holen wir ihn zurück. Äh, 23 Millionen natürlich. Das ist schon ein gutes Schnäppchen. Dortmund verpflichtet Louis Gill. Ich glaube, das ist auch in Australien, wenn ich mich nicht irre. Oh, ein US-Amerikaner, auch so ein Talent. Ja, Dortmund holt momentan viele Talente da, wie es aussieht. Und angeblich Bilbao verhandelt mit uns. Nö, da haben wir noch kein Angebot bekommen. Dortmund haben wir jetzt ein Gegenangebot im letzten Part gemacht. Für 6,5 Millionen könnt ihr ihn ruhig kaufen. Und Vargas hat eine Schulterprellung erlitten. Fünf Tage. Das dürften die Italiener verschmerzen. Och, und schon vier Tage später das nächste Testspiel. Gucken wir mal ganz kurz, wer noch so in den Transferverhandlungen steht. Nur mal mit Juve momentan. Den müssen wir noch loswerden. Dann hätten wir rund 12, 13, 14 Mille zur Verfügung. Aber davon lässt sich ein Shaquiri natürlich dann nicht bezahlen. Ach, dann haben wir auch noch das Angebot für Luis Volpi. Indem wir den Russen von Zenitza in Petersburg van der Vaart plus 2 Millionen geboten haben. Aber ich glaube, das machen die ohnehin nicht. Wenn die das nächste Angebot ablehnen, werde ich davon auch Abstand nehmen. Gucken wir noch mal ganz kurz auf die Wunschliste nach rechten Mittelfeldspielern. Wem wir dann noch als Alternative hätten. Gehen wir mal von unten aus. Ich glaube, das müsste schneller gehen oder auch nicht. Verdammt. Ach, Romelu. Lukaku war natürlich auch noch ein Thema bei mir. Den als dritten Stürmer zu holen, ist dann aber wohl nicht mehr möglich. Es sei denn, wir verkaufen vielleicht noch einen zentralen Mittelfeldspieler wie Milan Badel. Wir müssen höchstwahrscheinlich sowieso unser System umstellen, denn ich möchte nicht, dass Boni oder Aubameyang auf die Bank wandert. Deswegen wäre es vielleicht an der Zeit auf 4-4-2 umzustellen. Dann bräuchten wir auf jeden Fall noch einen weiteren Stürmer. Aber wen haben wir denn noch hier im rechten Mittelfeld? Aber wenn wir wirklich Lukaku holen sollten, dann wäre der Shaqiri ausgeschlossen. Ja, 18 Mille ist der Wert und hat ein Monstergehalt. So, vom Stärke-Wertverhältnis her ist Lee momentan so mein Favorit. Nur 5,5 Wert. Ist in der englischen zweiten Liga momentan mit dem Bullton Wanderers und hat eine 79er Stärke und ich mag sowieso so einen Dauerläufer auf der Linie und Jago F wäre auch noch eine Alternative. Salvio hätten wir hier noch, aber die sind beide 14,5 Wert. Etwas weniger als Shaqiri, aber ich weiß ja nicht. Hier haben wir noch ein paar rechts außen. Na, auch nicht so das Wahre. Wie viel würde Jago F denn kosten? Gucken wir einfach mal. Vielleicht läuft sein Vertrag aus oder so. Das wäre nicht ganz. Er läuft noch zwei Jahre. Und momentan haben wir auch nicht die Finanzstärke. wir müssen erst mal warten bis Mahmoud Jouf verkauft ist. Eventuell noch ein Heumingsson. Und ich werde gleich noch Tröger Aston auf die Transferliste setzen. Und dann könnten wir zum Beispiel Milan Badel auch einen der anderen Klubs hier anbieten. Vielleicht auch dem FC Chelsea im Tausch mit Jukaku. Vom Marktbild her trennen die beiden ja nicht so viel. Gucken wir mal bei Vali. Vertrag läuft noch sehr lange. Zwischen 6 und 8 Mille oder 7 zwischen 7 und 8 Mille sollten wir da bieten. Wir eröffnen einfach mal Gebot mit 6 Mille. Vielleicht ist Bulten ja großzügig und gibt den Südkoreaner für die Summe ab. Und ich könnte auch bei Lukaku natürlich mit Heumingsson es probieren als Tauschpartner. Oder Milan Badel ein aufregender Mann für die Zukunft. Ach komm den das sollte auch nicht sein Anspruch sein. Wo ist denn der Heumingsson? 5 Mille ist er wert. Würde ich sagen bieten wir mal 5 Millionen plus Son. Das ist schon ein gutes Angebot oder? Probieren wir es einfach mal. Wenn das klappen würde wäre das spizemäßig. so bitte zurück und vielleicht können wir auch dann noch Milan Badel verkaufen dann habe ich zwar kaum noch real life HSV im Charter mittlerweile aber der ist auch immer 7,5 wert nicht zu verachten Aslan zwar nur 3,3 aber Kleinvieh macht auch Mist setzen wir den mal drauf oder wir verkaufen Thunder Fad aber auch er ist natürlich ein echter HSV genau wie Rincon den will auch behalten Maheja wäre noch eine option den will ich aber nicht auf die Transferliste setzen Son ist jetzt noch mit drauf Aslan Schuh verkaufen wir hoffentlich bald noch ach komm wir machen wir fahren erstmal sofort und dann werden wir noch sehen wie sich dazu entwickelt mit ähm wollen ich noch was machen Aslan ist drauf erstmal Boni seine neuen seine Rückennummer 9 zurückgeben die bekommt er auf jeden Fall mal gucken welche Obermiang dafür jetzt bekommt auf jeden Fall nicht die 12 wo haben wir ihn denn da ist die 21 momentan eigentlich frei sieht so aus dann kriegst du mein lieber Obergino Obermiang 21 meine Glücksnummer nicht nur beim HSV viele meiner Lieblingsspieler hatten diese Nummer aufgetragen angefangen von Harald Spörl über Uifalushi über natürlich auch Khaled Budarus und auch Pietrolper gefiel mir eigentlich ganz gut momentan im Real Life Tricky glaube ich Maxi Beister wenn ich mich nicht irre Aslan sucht neuen Verein so sieht es aus die haben wir auf die Transferliste gesetzt Köln spielt gegen den Abstieg die Saisonprognosen können wir uns auch nochmal durchschauen Köln wird hier auf Platz 18 getippt Schlüsselspieler Christian ne Christopher Schorich so heißt er okay so schlecht schätze ich können jetzt gar nicht ein Raphael Toloi wechselt nach Wigan Europa nach der Fußball Weltmeisterschaft warum auch immer PSG hofft Ramirez mal zu verpflichten hoffentlich nicht jeden guten Spieler die die holen macht den Spieler dann gleichzeitig ein bisschen unsympathisch und und belegt zu verriet mehr wir haben nicht mal eine halbe stunde okay knapp eine halbe stunde das heißt den nächsten das nächste Testspiel spiel werden werden wir im nächsten part machen Dortmund antwortet auf das transfer angebot hallo herr fink wir haben unser erstes angebot für juve bedacht aber können nicht so viel investieren das neue angebot ist 6,5 what the fuck ich wollte doch 6,5 ihr idioten oder bin ich jetzt gerade komplett baba oder was ich hatte doch 6,5 vorgeschlagen na gut marktwert ist 6,5 deswegen könnt ihr ihn auch für diese Summe gerne holen den guten Mame dann ist er jetzt auch in Vertragsverhandlung da haben wir es gerade gesehen kurz in den News Meilan verhandelt mit Mercer über Mondandoor Wechsel und Dortmund führt Vertragsgespräche mit Juve ich hoffe die werden sich noch schnell einig wie viel Geld habe ich denn da nein ich wollte nicht auf Wunschlisten zurück sondern auf spieler verkaufen wenn da jetzt nochmal 6,5 dazukommen sind wir bei knapp 14 tja das würde auch für ein Salvio oder für einen Jaguar definitiv nicht reichen ja ich würde schon fast vorschlagen holen wir den Lee als Backup für Caligiuri und dann noch den Romelu Lukaku als dritten Stürmer ich überlege gerade ob das dann so mit dem Geld dann noch hinkommt aber ich habe momentan so wenig Lust zu rechnen gehen wir einfach weiter aber erstmal will ich noch eben Wilfrey Boni in die Startaufstellung setzen wollen wir schon in der Testphase mit 4 4 2 beginnen ja momentan habe ich ja keinen weiteren Stürmer bis auf Son und auch Juve aber die beiden sollen ja jetzt noch verkauft werden ach ist das schwierig nein ich lasse das erstmal in der Testphase vielleicht im letzten Test gegen wie ein Spiel wir da gegen Montpilé werden wir da vielleicht noch das 4-4-2 einmal testen bevor es in der Bundesliga losgeht am ersten Bundesliga Spieltag in Frankfurt spielen wir da glaube ich genau das zweite Spiel ebenfalls auswärts dann in Stuttgart zwei nicht zu unterschätzende Gegner vor allem die Frankfurter mit Mike Hanke Arschloch sind da ein gefährlicher Gegner aber wir haben ja noch zwei Testspiele vorher Info Vertragsverlängerung Aogo hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert wunderbar andere Vereine zeigen Interesse Stadren will auch Schubo mutigen ja dann mutigen euch doch halt so Zenit St. Petersburg hat abgelehnt die wollen 8 Millionen auf Van der Fad drauf damit wir Holpby holen das ist mir deutlich zu viel Hulten hat nicht akzeptiert die wollen 8,5 das ist mir schon fast ein bisschen viel seine Gehaltsforderungen sind auch noch zu hoch er verdient auch nicht schlecht so auf Niveau eines Badel da kommen wir bieten einfach mal 7 wenn die das auch ablehnen sollten werden wir uns vielleicht doch noch nach einer anderen alternative umschauen für Lukaku wir sind weder an den spieler interessiert noch an der höhe der summe das ist natürlich schlecht das ist Dorf da kommen wir bieten einfach noch ein bisschen mehr 7 Mille und son vielleicht klappt das ja und jetzt haben wir noch ein paar Transferangebote für Juve und für Bachorch hoffentlich ein Leiheangebot ach hier kommt jetzt Bilbao mit dem Angebot die bieten 5 aber hier fordere ich einfach mal 7 Mille aber der ist ohnehin schon mit Dortmund in Verhandlung ich hoffe mal dass das klappt dann sehen wir ihn immer noch in der Bundesliga und Paderborn Saisonleihe keine Kaufoption moral unglücklich wollen wir ihn in die zweite Liga verleihen das wäre auch mal eine Idee aber ausgerechnet Paderborn ach die gemeinsame Geschichte ist ja nicht die beste auch wenn der Verein nichts dafür kann ach komm leihen wir ihn halt nach Paderborn in die zweite Liga aus haben wir gleichzeitig auch noch ein bisschen Gehalt gespart nicht viel aber immerhin 3750 pro Woche Kleinvieh wie gesagt macht auch Mist die kommende Saison Nürnberg wird auf Platz 13 eingestuft Schlüsselspieler ist hier Kiyotake der japanische Spielmacher Mainz nur auf 16 getippt der Aufsteiger Schlüsselspieler ist hier Shuko Moteng und Reni Gabroschewski soll ein großes Talent sein jetzt gucke ich noch mal kurz rechts auf die Transfers nicht auf die Top-Transfers sondern die neuesten Transfers würde ich gerne noch mal sehen ach ist gar nichts neu dazugekommen okay ähm hier haben wir sogar noch die Nachricht Barosch ausgeliehen und Boni ist momentan unser Top-Transfer in dieser Saison bislang und er dürfte auch wo sehen wir das denn bei meine Karriere genau äh Manager Gesamt genau 23 Millionen ist bis jetzt die höchste Ablösesumme die wir je für einen Spieler bezahlt haben aber in der Saison davor halt für 50 Millionen verkauft da haben wir einen schönen Gewinn gemacht auch wenn Boni jetzt ein bisschen mehr verdient ich glaube das grenziert sich am Ende aber trotzdem vor allem haben wir jetzt ein super klasse Bild klassisch immer wieder in unseren Reihen vielleicht kommt der Aufstand schon im nächsten Testspiel wieder zum Einsatz bei seiner Rückkehr wir werden sehen beim nächsten Testspiel bei Let's Play FIFA 13 wenn es heißt Atalanta Bergamo gegen den Hamburger Sportverein bis jetzt bis jetzt erin viel Titanic sollte